90 Cent für die Briefmarke und 15,89 € für das Päckchen macht 16,79 €. Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte dieses Paket und einen Brief verschicken, aber ich komme aus den USA und ich weiß nicht, wie das alles in Deutschland funktioniert. Zuerst muss ich fragen, ob der Brief innerhalb Deutschlands, der EU oder irgendwo anders hingeliefert werden soll. Er soll in die USA gehen. Postkarten und Standardbriefe kosten 90 Cent. Wenn der Brief etwas schwerer ist, aber immer noch weniger als 235 mm lang, 125 mm hoch und 10 mm dick, können Sie ihn als Kompaktbrief verschicken. Das kostet 1,90 €. Wenn er schwerer als 50 Gramm ist, muss man ihn als Großbrief oder Maxibrief verschicken. Das kostet 3,70 € bis auf 17 €. Einschreiben kostet 2,50 €. Ich habe nur eine Postkarte. Dann brauchen Sie nur eine Briefmarke. Sie können sie hier bekommen. Wenn die Anschrift und Briefmarke schon auf der Postkarte stehen, können Sie sie mit mir lassen und ich werde sie verschicken. Cool. Das ist genau wie in den USA. Und was mache ich mit dem Paket? Wie groß ist das Paket? Ich schicke dieses Buch nach New York City. Dann wäre es kein Paket, sondern ein Päckchen, da es weniger als 2 Kilogramm schwer ist. Ein Päckchen können Sie weltweit verschicken. Um ein Päckchen in die USA zu schicken, kostet es 15,89 €. Wollen Sie auch eine Versicherung dafür? Wie viel kostet die Versicherung? Wofür brauche ich eine Versicherung? DHL Päckchen International mit Versicherung werden dem Empfänger oder einem Empfangsberechtigten weltweit nur gegen Unterschrift ausgehändigt. Im Falle von Verlust oder Beschädigung des Päckchens haftet DHL gegen Vorlage des quittierten oder abgestempelten Einlieferungsbeleges bis 50 €. Das kostet nur 3,20 €. Ich glaube, ich brauche das nicht. Es kostet schon mehr, das Päckchen zu schicken, als das Buch, das ich schicke. 90 Cent für die Briefmarke und 15,89 € für das Päckchen macht 16,79 €. Ich habe hier 10, 15, 16 €, 50, 70, 75, 6, 7, 8, 79 Cent. Jetzt brauche ich nur die Anschrift des Empfängers. 405 East 42nd Street, New York, New York, 10017, USA. Okay, ich tippe das auf die Paketkarte ein. Und wie ist Ihre Adresse? 61, 61, Center Grove Road, Edwardsville, Illinois, 62025, USA. Es dauert ein oder zwei Wochen, bis es geliefert wird. Manchmal dauert es länger, denn amerikanische Zollämter halten das Päckchen etwas länger. Warum? Es ist ein Buch. Keine Ahnung. Die Amerikaner haben Angst vor Päckchen. Vielleicht haben wir Angst vor Büchern, besonders wenn sie Lehrbücher sind. Ja, Lehrbücher könnten in Amerika gefährlich sein. Was käme dabei raus, wenn jemand etwas dadurch lernen würde? Wie schrecklich! Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!